Ich habe gerade leider einen Creeper zum explodieren gebracht. Oh mein Gott, spreng nicht unsere Insel weg, wenn die weg ist. Alter, es reicht doch ein... Nee, okay. Okay. Es ist übrigens gerade die Morgendämmerung. Ehrlich? Ich bin schon draußen. Ich arbeite. Da wurde hingehörst. Arbeit. Ich bin Arbeitstier. Ich bin gerade Erfahrungsstufe 2 geworden. Juhu, die Bomben sind gewachsen. Jetzt darf ich endlich in den Kindergarten gehen. Ich habe Hunger. Ich habe für dich ein Stück Fleisch. Ja, eins genügt aber nicht. Das habe ich mir vom Mund abgespart. Spare dir das lieber. Schlimmere Zeiten. Kann sein auch schlimmer werden. Ah, schon einen Baum gefunden. Ein Settling. Ja, wird hier gepflatzt. Bumm. So, heute ist hier unser König. Er muss es heute auch schon auf den Tag geleiten. Er gibt uns Arbeit. Er den König. Er den König. Er den König. König er. König er. Er den König. Er sagt er den König. Der König. Heilschniper. 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 Oh. Hast du einen Kombinant? Ah! Wir können ja wie so einen Küstenstreifen hier anlegen. Dem wir halt nur für. Für. Äh. Komm, sag schon. Der König kann nicht reden. Ähm. Er wird jetzt verwumpt. Er wird jetzt so mit Steinen verkleiden. Ja, genau. Wenn das hier einmal gewachsen ist, dann dürften unsere Essensprobleme. Du hast dem König seiner Handlung widersprochen. Und dafür muss ich nicht verhaft werden. Nee, bitte nicht schlagen. Ich habe nur noch ein halbes Leben. Das siehst du so. Bitte nicht. Der König darf dein Leben behenden. Dein Quatsch. Hahaha. Ihr seid so großzügig zu mir. Der König hat das Recht, das Leben anderer zu behenden. Er hat auch noch ein Schwert. Nicht schlagen. Nicht schlagen. Nein, ich habe niemanden. Äh. Ich habe kein Schwert. Alter, der verteidigt den König. Er frisst Schaden. Ähm. Er frisst Schaden. Er frisst Schaden. Ich fresse Schaden an Hunger. Äh. Ja. Kräte die Kinder. Hä? Christoph. Hä? Hier. Ey, Christoph, ich habe eine Höhle gefunden. Guck mal. Oh, mein Herr. Danke dir. Komm mal mit. Oh, ii. Geht. Was sind das für Oktopussis hier? Oktopussis. Eine Höhle? Ja, guck mal. Komm mit. Hier. Hier ist eine Höhle. Und hier ist eine Spinne. Töte sie. Ich habe Angst vor ihr. Ich kann da nicht rein. Jetzt ist sie tot. Ich habe Hunger, Meister. Ey, hier ist eine Höhle. Und Kohle. Waaah. Alter, der König hat euch geführt, alter. Und Eisen. Ich habe Hunger, Meister. Ihr müsst dem König danken. Äh. Ja. Heil, dir König. König, das Wasser sieht scheiße aus hier. König, oh König, ich verhungere. Eure Bevölkerung verhungert. Töte mich nicht, Töte mich nicht. Ja, das klingt irgendwie wie so ein Spruch aus, ähm, äh, aus Stronghold. Stronghold, das kann sein, ja, hab ich nie gespielt. Ja, also, wenn ich jetzt bald nicht irgendwas zu fressen kriege und dann irgendwo runterfalle, bin ich tot. König, oh König, ich sterbe. Geht mir genauso. Habt ihr Schnur an? Nein, tut mir leid, wir haben da keine Schnur. Ich hab schon zwei Spinnen getötet, aber keine davon hat eine Schnur getroppt. Oh König, oh König, ich geh jetzt drauf. Nein, wir leben alle bis wir nur noch ein halbes Leben haben, dann sind wir tot, mein Herr. Oh mein Herr, ich hab die Kohle weggefarmt. Das Gelaber kann doch keiner antreten. Nee. Oh man. Ich glaube, ich werde noch mal eine kurze Aufnahmepause machen und dann geht... Nee, Moment. Au, achso. Ähm, und zwar würde ich das so machen, dass... Du das jetzt bestimmt nicht erzählen oder erläutern musst. Nee, 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 dass das hier eine Folge, ein Tag ist, also eine Königs-Epoche. Ja, das Problem ist halt bloß, dass wir jetzt schon eine ziemlich lange Zeit aufnehmen. Ja, dann mach die Erste halt länger. Mach er Schluss. Sieh sie das? Ich krieg Damn it. Ja, ich... Sagen wir warum, weil der König scheiße regiert. Oh, ich hab einen Apfel gefunden. Also, der König hat Anrecht auf den Apfel. Oh ja, mein Herr. Ich hab noch drei Leben. Ich hab ein halbes Dusch. Passt. Ja, weiter, womit du den Apfel jetzt Leben regenerieren kannst. Da würdest du das eher warten, oder? Bitte, mein Herr. Nein, das ist kein Apfel, das ist ein Auge. Hier, mein Herr. Dann heben wir es auf. Das Auge, das führt zur Vergiftung. Das töte dich bloß noch. Äh. Alter, du hast dem König den Apfel geklaut. Äh, so. Ich würde den Tag jetzt noch fertig machen. Ja, mach mal noch. Die Frage ist halt... Wie überleben wir das? Als nächstes müssen wir eh Adventure Map spielen, um König... Um den nächsten König herauszufinden. Oder es tut sich jemand durch eine Tat heraus, was rechtfertigt, dass er der nächste König wird. Okay. Wir können das ja ein bisschen innovativ und freier gestalten. Ich habe eine Trette gebaut. Ich werde neuer König. Oh, König, oh, König, er hat eine Tat verbracht. Ich werde König. Bzw. wie wäre es denn, wenn der König immer den nachfolgenden König bestimmt? Und es gilt die Regel, dass ein König jeweils nur einmal dran sein darf. Und, äh, 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 der König immer jemand Neuen zum König bestimmen muss. Ja, aber ich glaube, das mit Adventure Map ist zum Beispiel anseelischer. Machen wir, äh, mit den König. Ja, aber das bedarf ja etwas Vorplanung. Und die haben wir ja jetzt noch nicht. Deswegen würde ich jetzt von Anfang so... W-w-was brauchen wir da? Ne, das ist noch ein bisschen mehr Plan. Und ich denke, es wäre intelligent, wenn wir da am Anfang das erstmal so regeln. Und dann, äh, später, wenn wir das haben mit der Adventure Map. Äh, ne, wir haben doch ne Adventure Map schon. Haben wir? Ich hab eine, ja. Dann hol die mal raus. Aber es ist mir, wenn ich will. Moment, wir müssen join your channel. Oh, mein Gott. Was joint der jetzt? Oh, kennt wer joint und stört die Aufnahme. Ach, Simon. Ja. Hey. Nicht Aufnahme stören. Gut, ähm, machen wir mal Pause. Wir müssen den Tag noch verbringen. Ach, den Tag. Ach, ja. Äh, die eine Königsregierung muss noch... Die Regentschaft muss abgelöst werden. Ja, die muss abgelöst werden. Die Tat muss abgelöst werden. Mich stürzt, zitt nach meinem Blut. Ja. Nein, nach Fleisch. Ähm, oh König, was ist die nächste Challenge? Ja, die nächste Challenge ist erstmal zu versuchen. Besamt euch. Also ich meine, das ist fehlend hier. Nahrungsgefinde. Nahrungszuruhe. Äh, das geht's not am Plan, ja. Langsinn. Hab' ich nicht gebracht, mein König. Gut, irgendwie müssen wir jetzt hier Knochenmäher so herkriegen, ne? Hm. Hab' da mal Fackel hingetan, mein König, ne? Damit das mal hier das Getreide bisschen schneller wachsen könnte. Ich glaub das, äh... Na, guten Nachtsüber, ja? Nachtsüber... Ja, tugs, es wächst da sonst noch tagsüber, ne? Haa... Das kann sein. Das ist eine sehr schlaue Idee. Yeah... ...zööööö... Ich würde jetzt, äh... ...gern etwas essen wollen, ne? Jaa, ich würde auch gerne was essen wollen. Ich habe nämlich Hunger am LSD. Äh, ich als König kann euch nur sagen, dass bald bessere Zeiten anbrechen wir haben in denen wir weil die Triefen des Fleisches uns ernähren werden ich möchte einen Antrag stellen das Problem ist wenn ich als König jetzt hier von diesen zwei Blocks runterfalle, ich tot bin dann bist du für immer tot Oh König, kommt hier herunter, ich habe euch eine Treppe erbaut König, darf ich die Linse darüber um Samen zu farmen Du darfst diese Expedition geleiten als Knecht nehme den Isos mit, damit er dich schütze vor den Gefahren der Unterwelt Ja, mein Herr, ich komme mit euch König, überdenken Sie Ihre Hand nochmal Alter Junge Wer hat denn eigentlich das Eisen aus dem Ofen genommen? Ich? Der war noch acht Stück, also alles Ja, das war ja alles von mir Ihr habt den König bestohlen Nein, da war noch kein König, da war noch Nacht Ne, doch, du hast gesagt, ich bin König, obwohl stimmt Wieso sagt der Diener dem König, was er zu tun und zu lassen hat? Wollet ihr revolutionieren? Ich habe nur gesagt, das was ich habe und das was war Ich bin der Herold Aber ich bestimme als König, was die Wahrheit ist Ich bin euer Knecht Ne, wir haben doch noch, stimmt, wir haben noch keine Grenzen Und ich hetze Isos auf dich, wenn du dich meiner Herrschaft widersetzt Jaaaah Scheiß Gnom, Alter Du hast noch ein halbes Leben, ja, überleg es dir Ja, aber du hast doch auch noch ein halbes Leben Ja, aber dann muss nur der erste Schlag geführt werden Ja, aber ich habe meinen Leibwächter, du hast keinen Leibwächter Ich bin auch dein Leibwächter, wenn man es so sieht, man Deine Mutter Deine Mutter ist ein Leibwächter Das Klauberkatz, der eigentlich nicht mehr reinzieht, Junge Ich komme mir ein leichtes Mittelalter versetzt Ja, das ist cool, ja Ja, irgendwie ist das geil Oh König, mein König Oh König Haben Gras gefunden, dass du jetzt wegmachen Ich bin ein Rasenmäher Ich habe schon zwei Samen gefunden, damit können wir die Felder weiter besamen Ich habe sieben Seelen Die Bäume sind gewachsen Ja, abheuzen für Äpfel Oh, ich habe eine Schlucht gefunden, wer da reinfällt, ist tot und kommt nie mehr wieder Ich bin da rein Ich bin weg von dir Ich bin dafür, dass der König, wenn er bestimmte epische Dinge entdeckt, er sie auch benennen darf Und Das ist die Königskrottel Nein, das ist zum Beispiel der Issofsberg oder das ist die Lukas-Schlucht oder der Gnomenteich Das ist ein bisschen coolerer Nami Ja, wie Dukas-Schlucht, aber Issofsberg Wie wäre es mit Issofsvermächtnis? Wie wäre es mit Issofsvermächtnis? Ich habe jetzt 13 Samen Ich habe L Wie wäre es mit Gnomenteich? Gnomenteich, ah egal, du bist König Gnomeskruze Alter König Gnomes ist einfach mal so ewig Ich habe einen Apfel getrennt, ein Apfel Ein Apfel Ein König reicht für einen Apfel Oh ja, ich nehme den Apfel, ne Der geht ja durch, ne Oh mein Gott, es ist doch dunkel Wir müssen zurück, wir müssen zurück, all zurück Zurück zum... Die Herrschaft unseres König ist leicht vorbei Sie geht mit der Sonne hinunter Und taucht mit einer Ära mit der Sonne herauf Und der König Gnom, er bestimmt Als Nachfolger Oder wir machen es am Anfang so, dass jeder mal König sein darf und dann Adventures will ich Ja, aber der trotzdem bestimme ich jetzt als Nachfolger, den Issof Juhu Du hast was gegen mich Er wird König des nächsten Tages sein, wenn die Sonne sich wieder gedenkt zu erheben aus ihrer Dunkelheit Äh, herrscht eigentlich in der Nacht Anarchie? Ja Ja Siehst du doch, in der... Ich mach die Anarchie ab, da kann ich machen, was ich will Weißt du, in der Nacht, wenn die ganzen Anarchos rauskommen und ich versuche mit ihren Zombie-Händen anzugreifen Ja, genau Oh, heiliger Lukas, wir kommen da nicht rüber Das sind die Hierarchisten, weißt du, die Zombies dann Ja Die wollen uns ins System zurückführen Ja Das sind Systemtreue System... Systemtreue Beamte sind das So, jetzt ist die Anarchie Es gibt kein König mehr, er wurde gestürzt Ja Ich hab nicht mehr das Recht von Ehre zu verlangen Ich hab nicht mehr das Recht zu knechten Zu knechten Eine Trieb, sie zu knechten Ich pflanze noch, äh, das Zeug hier Und auf ewig zu binden, äh, laut Ähm, macht man nicht so viel Fackeln hier, sodass wir spawnen da nicht mehr unsere... Monster... 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 Ich bin im Bunker, tschüss Da ist der König, er ist gesichert Sichert den König! Welchen König? Wer hat denn die Blumen hier hingepflanzt? Das ist mein Garten, euer König, ich wollte dir eine Blume kaufen für zwei Brot, eine Blume, zwei Brot, eine Blume! Aha, ich hab keine zwei Brot Ich hab kein Brot, oh König, ich würde gern ihre... Ach, dann behalte ich das ehemeln! Oh mein, gibt's kein König, Junge, da ist nix mit, oh König, erst erst König, wenn sich die Sonne erhebt Ach ja, stimmt, ah scheiße, eigene Regel vergessen! Oh ja! Ben, ihr die Aufgabe, Aufnahme! Ja, ich hab Eisen und darum mach ich jetzt mal eine Truhe, ne? Ja, okay, also meine Freunde, ich hoffe ihr seid jetzt nicht gehirngestört von unserem Gelaber Ahem 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 Wir beenden jetzt hier die Aufnahme Bis zum nächsten Mal Adieu Adieu Adieu